Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zu das theoretische Ding am Start. Wir sind jetzt endlich beim zweiten Abteil angekommen. Und... Wir sind wieder voll gereckt, natürlich. Unsere HPs haben sich voll gereckt. Ich weiß nicht, ob wir sterben werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir vernichtet werden. Aber... naja. Das war genau nicht der Plan. Ich wollte das Ding eigentlich vorher tot haben, aber ja. Das Spiel macht, was es will mit mir. Das ist euch ja bestimmt auch schon aufgefallen. Du weißt, von hinten blocken die auch die Angriffe. Das ist... Für mich... Versteh ich nicht. Die von hinten die Angriffe blocken können. Oh, der wird aufstehen. 100 Angriffe mehr. Ja, damit. Wir brauchen mehr Angriffe. Wir brauchen... Wir müssen mehr Damage machen gegen die Säcke. Damit sie schneller umfallen. Damit wir hier schneller von A nach B kommen. Damage Output ist fucking importante. Und wir brauchen Futter. Nein, nein. Jetzt ist er auch noch. Der fährt. Oh. Ah, der lebt noch. Ha, der lebt noch. Ich dachte, der hat den Ring gedroppt. Der hat den Ring gedroppt. Alter, welche Sau. Oh. Huh? Uh-huh. 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 Das war so dumm von mir. Das war so dumm von mir. Oh, das war so knapp. Oh, das war schon wieder so knapp. Oh, er ist tot. Leute, 61 AP. Was soll ich machen? Ich war schon wieder so high. Ich weiß nicht, wie hoch wir hehlen sollen. Da sind bestimmt eh wieder irgendwo Gegner, die mich töten wollen. Ich hör's mir schon. Oh, da ist schon der Gegner. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss mich auseinanderlaufen, meine Leute. Kann ich jetzt nur Kuchen kriegen oder sowas? Oder 10? Wir brauchen einfach nur den nächsten Sekt. Alter, da bin ich fast reingejumpt. Weg, 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 weg. Tötet ihn. Tötet den Scheiß-Gun. Oh, wie viel, oh mein Gott. Oh, Alter, nächste Region, oder was? Boah, Alter, ich schwitze, oder? Nicht wahr! Scheiß Helm wieder! Nein! Nein! Wir haben den Save-Point erreicht! Nein! Nein! Shit, Leute, wir haben den Save-Point erreicht! Oh, shit! Boss-Fight, oder was? Oh, fuck my life! Is this the end? Is this the end? General Gaius! LOWER YOUR FUCKIN' WEAPONS, BITCHES! You have much to answer for, General! And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death, at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy! You've been charged to destroy, not me! What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together, and together we can finish what we started! You ordered the deaths of countless people, countless moonbloods, moonblood sympathizers, anyone that stood in your way! Yes, and you carried them out. Lower your blade, old friend. First, we destroy these moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind! Just listen to me! Cassius was my name. That doesn't matter! It's all that matters! All those people I killed, Fidgets... How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form, his very soul... That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius! Cassius would destroy the moonbloods. But Jin... he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you've finally come to your senses. Jin is dead. As is Cassius. Their souls now live within me. Constantly reliving that fateful day. Forever in battle. Forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am Justice Incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am Dust. And your campaign ends here, now. Throw down your weapons and surrender. Or you will face an enemy unlike any, this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. What a joke. What a joke. To the end, it's so important. Oh, I don't need to win. But I'm not sure as to play it. I want to play over and over again. I want to play that game though. I want to play it now. I want to play that game. I want to play it now. The game. Let's game. Go on. Maybe. Der rasiert mich gleich, wenn der kommt Gib mir einen Hit, Alter, ich bin down, Mann Ich muss den jetzt so hier bezwingen Gaius, mein Freund Wie wäre es, wenn du mir ein Chicken hier lässt Damit ich healen kann Damit wir mit all unseren Kräften kämpfen Hab ich eigentlich noch was zu essen? Was? Ein Witz Ich konnte mich nicht bewegen Okay, gleich nochmal, Digga Wir ficken jetzt seinen fucking fetten, hässlichen Kopf, Mann Ah nein, scheiße Wir rasieren jetzt seinen Kopf so auf Wüste einfach nur Oh Alter, wir rasieren seinen Kopf so heftig, wie wir noch nie einen Kopf rasiert haben Was? 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 We are going to sleep ウah Sorry dass ich rede aber voll zur Konzentration hier Come on, er hat nix mehr Come on, WAS? Ja klar, er hielt nochmal, Heizma, wir müssen ihn nochmal bekämpfen Fick deine Mutter, Alter Ich dachte wir haben ihn jetzt dick an den Eiern Das war's Nein 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 Oh nein, sowas... oh nein, sowas hasse ich ja. Ne, Alter, leute, sowas ist scheiße. Das kann ich nicht gewinnen. Dafür bin ich zu schwach, um das zu gewinnen. Ich muss es einen grinden gehen. Dafür bin ich zu schwach. Oh, Alter. Also, ich kann es probieren. Hey, aber... Das war einfach immer dasselbe. Oh, wie viel haben wir 16 Minuten unter der Glock, Alter. Ich will eigentlich gar nicht grinden gehen, ey. Ich will eigentlich gar nicht grinden gehen, ey. Ey, ich muss mich gar nicht grinden gehen. Ey, ich muss mich gar nicht grinden gehen. Hey, ich muss mich gar nicht grinden gehen. Richtig coole Aktion hier, das mal. Und seine Lakaien sind auch richtig unnötig. Die Blocken haben dauernd meinen scheiß Angriff. Das ist für unnötig. Wenn der mal so ein Bacon-Stück fallen lassen würde. Hey, alter. Bester Mann, ey. Na komm, töte mich. Guck, das bringt gar nichts zu Counter. Ich dachte, vielleicht bringt der Counter was, aber der Counter bringt gar nichts. X, war da nie ein Counter. Oh. Oh, das ist ja kein Ding der Feijl, halt einfach nur ein bisschen rum, Badam, links, rechts, bisschen springen, ein bisschen attacken. 900 Damage machen, nicht 900 Damage machen, hin und her, hin und her Als der da nochmal lebt, das ist so behindert Eigentlich hab ich schon gewonnen, ja klar, 60.000 Leben, normal Toll, wir sind jetzt auf der 20. Mindestmache hier, wenn wir sterben, dann müssen wir halt das ein Dann müssen wir halt die Folge baden Wir baden aber nicht jetzt die Folge Wo ist das Schiff? Alter, was ist gerade passiert? Das Ding ist einfach gedroppt Oh nein, Mann, da ist noch ein Schiff Von wo kommt denn diese Scheiße, Mann? Das ist mal ernsthaft Was soll denn die Kacke? Oh, da kommt noch ein Neues Schiff Ja, cool Ich brauch Bacon, Guys Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen Ich geh jetzt mir eine Runde upgraden Keine Ahnung, wie viel Level ich steigen will Mal gucken, vielleicht 100, vielleicht 1000, vielleicht 10.000, keine Ahnung Bis später, haut rein